Hallo, hallo Sie! Stehen Sie auf Pule, Ziraten? Auf Saribik und Kegeln? Und haben kein Wok auf Bürfeln? Adventskalenderwochen beim Wabeltop Talkshop! Ho 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 und herzlich willkommen zum TWS Adventskalender. Heute segeln wir in karibische Gewässer und nehmen uns die aktuelle Erweiterung zum Piraten-Tabletop Freebooters Fake vor. Tales of Longfall 3 – Big Trouble Moment, Ihr kennt Freebooters Fade noch nicht? Dann mal kurz aufgehorcht. Freebooters Fade wurde vom Team rund um den deutschen Miniaturen-Modellierer Werner Klocke erfunden. Hintergrund des Spiels ist ein fiktives, karibisches Piraten-Setting, in der sich verschiedene Mannschaften ordentlich was auf die Augenklappe geben. Beispielsweise die imperiale Armada, die nach Schätzen lechzenden Piraten, die feigen aber erfinderischen Goblins, die rätselhafte Bruderschaft, die wilden Amazonen, der mystische Kult und die Söldner, die entweder für sich allein kämpfen oder auch von anderen Mannschaften angeheuert werden können. Mit jeweils nur einer Handvoll Miniaturen werden dann packende Scharmützel oder fantasievolle Szenarien ausgetragen – wie beispielsweise eine chaotische Rattenjagd oder die Suche nach ekligen Larven, um damit seltsame Zombie-Oktopusse anzulocken. Das Besondere dabei – Freebooters Fade kommt komplett ohne Würfel aus und wird mit speziellen Karten gespielt. Bei z.B. einem Kampf wählen Angreifer und Verteidiger geheim bis zu sechs Körperzonen aus. Auf diese Weise können Attacken entweder geblockt werden oder halt durchgehen und damit das Modell verwunden. Mehr zu diesem Tabletop-System erfahrt ihr übrigens im offiziellen Trailer zu Freebooters Fade. Seit dem Start von Freebooters Fade im Jahre 2010 sind bereits einige Erweiterungen und viele Miniaturen erschienen. Im vergangenen Oktober kam dann das Buch Tales of Longfall 3 – Big Trouble hinzu. Und genau da werfen wir jetzt mal einen Blick rein. Wie schon in den vorherigen Bänden der Tales of Longfall-Reihe wird zunächst die Hintergrundgeschichte von Freebooters Fade weitererzählt. So gerät ein Schiff der imperialen Armada in Seenot und muss nach schweren Sturmschäden vor einer bis dahin unentdeckten Insel vor Anker gehen. Und wie es sich für unentdeckte Inseln gehört, steckt diese natürlich voller Geheimnisse, Gefahren und Ärger. Großen Ärger. Denn mit Big Trouble werden die bislang drei namensgebenden großen Charaktere mitsamt ihren Hintergrundgeschichten offiziell ins Freebooters Fade-Universum eingeführt. Große Charaktere überragen die bisherigen Modelle nicht nur um ein paar deutliche Zentimeter, sie kommen auch auf größeren Bases daher, sind deutlich stärker und verfügen über einige Sonderregeln. Da wäre zunächst der Oga El Grandolon, der als Waffe einen abgebrochenen Mast schwingt. Damit schlägt der Gegner in hohen Bogen einfach von sich weg, als wären sie Kokosnüsse. Hinzu kommt Franyo, das Walross. Dieses Ungetüm besitzt nicht nur einen Sturmangriff von beachtlicher Reichweite, sondern auch eine Walzenattacke, mit der es seine Gegner quasi unter sich begräbt. Die aktuell dritte im Bunde der großen Charaktere ist Mashala Sylvie. Diese Dame ist ein magisches Loa-Wesen, das in einem Körpermix aus Frau und Schlange beschworen wurde. Mehr über Mashala Sylvie erfahrt ihr übrigens in einem unserer kommenden Adventskalender-Videos. Hinzu kommen humorvolle Hintergrundgeschichten und ausführliche Erklärungen zu über 20 weiteren Charakteren aus der Freebooters Fade-Welt, die in den vergangenen Monaten erschienen sind bzw. noch in Kürze erscheinen werden. Obendrein gibt's natürlich auch frische Szenarien, ganze vier Stück an der Zahl. Und passende Marker zum Ausschneiden oder Fotokopieren dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da kann man also echt nicht meckern. Denn Tales of Longfall 3 – Big Trouble bekommt Ihr für Piraten-günstige 15 Euro bei jedem gut sortierten Tabletop-Fachhändler oder auf freebooterminagers.de. Und natürlich auch bei uns, denn wir verlosen das 42 Seiten starke Erweiterungsbuch. Alles, was Ihr für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel machen müsst, ist uns bis zum 5. Dezember 2016 um spätestens 23.59 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort Big Trouble zu schicken. Oder kommentiert einfach unseren heutigen TWS-Facebook-Eintrag, mit dem wir auf dieses Video hinweisen. Wer beides macht, also kommentiert und uns eine E-Mail schickt, verdoppelt damit wie üblich seine Gewinnchancen. Den Gewinner des Buches geben wir morgen am 6. Dezember auf unserer Facebook-Seite bekannt. Sollte der Gewinner per E-Mail teilgenommen haben, bekommt er natürlich auch direkt von uns Nachricht. Morgen gibt's dann auch schon das nächste Türchen. Bis dahin viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück!